Vor was? Vor was haben wir Angst, wenn wir uns gegenüberstehen? Isoliert halten wir uns beim Vorübergehen. Wieso sind wir da, wo wir sind? Scheiße an, das lächelnde Kind. Tausend Fragen, die wir haben, und die Antwort ist die Saat. Auf fruchtbarem Boden, ungelogen, geht sie auf. Vor was haben wir Angst? Vor was haben wir Angst? Vor was haben wir Angst, wenn wir uns gegenüberstehen? Isoliert halten wir uns beim Vorübergehen. Wieso sind wir da, wo wir sind? Schau es dir an, das lächelnde Kind. Tausend Fragen, die wir haben, und die Antwort ist die Saat. Auf fruchtbarem Boden, ungelogen, geht sie auf. Wir sind so schön, so schön, um wahr zu sein. Darum geht jeder lieber einsam ein. Anstatt, dass wir uns in die Augen sehen, um zu sagen, die Zeit war wunderschön. Menschen, die gegenseitig denken, werden angeschaut, als hätten sie euch die Wahrheit geklaut. Gestalten, die das Leben verwalten, werden akzeptiert. Dass die Handfiguren was zu sagen haben, hat kaum einer kapiert. Wir sind so schön, so schön, um wahr zu sein. Darum geht jeder lieber einsam ein. Anstatt, dass wir uns in die Augen sehen, um zu sagen, die Zeit war wunderschön. Wir sind so schön, um zu sagen, die Zeit war wunderschön. Wir sind so schön, um zu sagen, die Zeit war wunderschön. Wir sind so schön, um zu sagen, die Zeit war wunderschön. Wir haben Angst, wenn wir uns gegenüberstehen. Wir haben Angst, wenn wir uns gegenüberstehen. Isoliert halten wir uns beim Vorübergehen. Wieso sind wir da, wo wir sind? Schau es dir an, das lächelnde Kind. Tausend Fragen, die wir haben, und die Antwort ist die Zeit. Am Buchbarnboden, am Buchbarnboden, ungelogen geht sie auf.